Ich hab euch auch gelegt. Ihr könnt die Mauer immer noch nicht kaputt schießen? Nein, Mauern, Mauern! Wir haben bloß Mörser, wir können nicht auf Mauer schießen! Und was hängt da überhaupt drauf? Das war... Mittler das Geschütz. Schadensvergleich. Mittler das Geschütz. 85. 85. Okay, was ist jetzt besser? Lancer oder? Geschütz. Vermutlich Geschütz und ich bin einfach nur so ein blöder Bau Lancer, aber ich denke, hey... Lancer ist richtig cool. Nachher kommt irgendeine Einheit, die Lancer überhaupt keinen Schaden macht und ich hab nur Lancer anhalten, dann sterbe ich hier. Ja, voll scheiße. Oh, ja, genau! Das ist doch alles, was ihr macht, oder? Ich geh gegenseitig blocken. Blockt nicht, ihr Noobs, ey! Und dann machen wir noch einen Block an, scheiß Admin. Moment, ich spiele hier offline, scheiße. Ey, der Weg ist noch ein Milbo-Turm hinsetzen können. Ach ja, das brauchen die Gegner, wie immer nicht. So ähnlich wie ein Command & Conquer, egal wie wenig Geld sie haben, selbst wenn du dieses Ziel das 20.000 Mal einnimmst. Sie haben immer noch Geld. Sie können immer noch Einheiten reparieren und Panzer bauen. Ja, genau. Warum ist das so? Und warum bleibt der Idiot nicht stehen und warum hängt der Idiot nicht immer noch da drinnen und da? Ich hasse die Steuerung. Nein, nein, nicht die Steuerung. Die Wegfindung der Einheiten ist so sch... Schön. Wollte ich sagen. Mir fiel das Wort nur nicht ein, das ich meinte, als ich es sagen wollte. Ja, genau. Eintreffender Aufklärungsbericht. Okay, manche... Berichte der anderen Teams. Commander, das von uns besuchte Gebäude befindet sich irgendwo auf diesem im Westen gelegenen Plateau. Zerstören Sie die Festung, die das Plateau bewacht und suchen Sie anschließend nach Gebäuden aus der Zeit vor dem Kollaps. Dieses Gebäude ist Ihr Primärziel. Suchen Sie es und bergen Sie alle vorhandenen Artefakte. Ich glaube, ich soll jetzt ein Gebäude suchen und die Artefakte herausbergen. Oh. So meine hoch... So meine höchstbeförderte Einheit. Die dumme Arschlöcher! Manu! Nein, ich leite sie nicht nochmal. Boah, fickt euch! Scavenger Basis entdeckt. Äh, was? Ich glaube es... Was? 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 Fickte Scheiße! Fuck. Okay, okay, wir jagen erstmal hier alles in die Luft. Äh, Stück für Stück. Okay, wir jagen dessen in die Luft und dann fahren wir einfach rein. Ja, ist kein Thema, wir haben ja noch. 64! Was? Wo sind meine anderen Einheiten hin? Verdammt, hab ich viel Verluste. Das geht doch so nicht weiter. So, ja... Neues Sammeln. Oh, Speichern... Verdammt, die sollten mir merken, wo ich überall speichere, damit ich nicht irgendwann mal, dass ich überall speichere und dann... ...am Arsch bin. So, da oben ist da noch was. Komm rauf, dann kannst du runtergucken. Nö, da ist nix, oder? Naja, da hätten sie längst auf mich geschossen. Verdammt, die hätten mich die ganze Zeit da unten beschießen können, warum haben die das nicht gemacht? Weil sie blöd sind. Auch schwer. Wie es dann wohl auf leicht ist. Hey, guck mal, der Feind, der beschießt uns. Voll lustig. Hey, sollen wir zurückschießen? Ach, das ist mein Adler, die da raufschießt. Scavenger Außenposten ausgelöscht. Ach so. Moment, jetzt muss ich nochmal speichern, und zwar da. Ich will erst noch, ich will erst noch... ...einiges erforschen, bevor ich hier Schluss mache. Obwohl, da unten ist ja nochmal eine Basis, ne? Äh... Irgendwann ist bei der Rest in die Luft. Ich suche nach all der Technologie, und die kriege ich. Artefakt wurde gefunden. Feindliche Basis... Missionsziel erreicht. Hätte ich jetzt wissen müssen. Gut, dass ich gespeichert habe. Ja, ich wusste, ich wusste, dass sowas passiert ist. Es musste einfach passieren, oder? Missions-Timer... Wer hat nicht damit gerechnet? Ach ja, so viel Einheit noch. Fiegt euch doch alle. Ja, da... Hört ihr auf! Hört ihr auf! Feindliche Basis ausgelöscht. Ich hab das Artefakt nicht aufgenommen. Ich hab's noch nicht aufgenommen. Alles ist gut, alles ist gut. Keiner rührt das Artefakt an. Schön die Finger davon lassen. Pfui! Schön, brav. Brav macht ihr das. Was ist da unten noch? Da blinkt noch was, da ist noch irgendwas. Irgendwas ist da noch. Hör, guck mal, hier steht noch Infanterie rum. Hör, wir halten nicht davon auf. Artefakt wurde gefunden. Missions-Ziel erreicht. Töten. Missions-Timer aktiviert. Ich werd euch alle töten. Kuppe 2, meldet! Kuppe 1, meldet! Kuppe 1, meldet! 60 Einheiten. Dann brauchen wir lieber noch ein paar Lancer. Bauen wir noch ein paar Punk-Buster? Bauen wir... Moment, also wir haben 61. 75 rum ist das Einheiten-Limit. 9 macht 70. Bauen wir noch 3 Lancer. 2 Punk-Buster. 3 Punk-Buster. Das Zugang ist noch 1 Lancer. Was ist da noch? Das muss ich mir mal anschauen. Das will ich jetzt wissen. Da leuchtet es noch, da muss irgendwas sein. Du! Du hast Räder, du bist schnell ... Komm her. Produktion abgeschlossen. Produktion abgeschlossen. Meldet! Gruppe 3, meldet! Gruppe 3, meldet! Produktion abgeschlossen. Gruppe 1, meldet! Gruppe 2, meldet! Gruppe 1, meldet! Produktion abgeschlossen. Keine Ahnung. Wahrscheinlich schon. Bauen wir noch vier Messer. Warten, bis das fertig ist. Was steht da noch rum, Gebäude? Warum haben die keine Energieanzeige? Abgeschlossen. Produktion abgeschlossen. Okay, was haben wir gesagt? Wir bauen noch vier Messer? Produktion abgeschlossen. So müsste es sein. Ja, so klingt das gut. Ja, doch. Bei ist zu gefallen. Hallo? Produktion abgeschlossen. Wir fahren mal runter und... Ich erzähle jetzt gerade gar nichts. Nein, ich bin jetzt ganz ruhig, weil... Jetzt ein Letz red nicht so viel Scheiße. Produktion abgeschlossen. Ich will eh niemand hören, halt's Maul. Halt's Maul, hab ich gesagt. Ey, wenn das gleichs Maul hält, ich hau dir an Schnauern. Produktion abgeschlossen. Und was ist denn da noch? Boom, dort! Siehs, komm, komm. Hä? Produktion abgeschlossen. Ja, es leuchtet noch, aber warum? Was ist denn da noch? Warum blinkst du da noch? Warum? Warum? Hä? Es blinkt. Das Licht brennt, aber es ist nie mehr zu Hause. Äh... Pfff... Pfff... Produktion abgeschlossen. Aaaah... Vorrückender feindlicher Transport. Gruppe 3, meldet! Möglicherweise weiß ich ihn. Gebäude wird angegriffen. Ähm... Scheiße. Arbeitet im Sensor-Modus. Aha, komm, schnell. Moment, wir speichern nochmal. Mission... Äh... Da speichern wir. Jawohl, der Schnellste. Ach, jetzt echt? Das ist ein Artefakt, aha. Also, so sieht ein Artefakt aus, ne? Fast wie so ein wertloser Container. Wieso habe ich jetzt nicht automatisch gewonnen? Forschungsmodul! Oh, geil! Aber wieso habe ich jetzt nicht automatisch gewonnen, weil da noch Gegner sind? Beweide wird angegriffen. Ach, ist doch nicht euer Ernst. Ist das wirklich euer Ernst? Nein, das ist unser Hugo. Ah, der Brüller. Ja. Ja. Ja.